Bewege dich von einem Baustellen-Klo zum anderen ist noch eine neue Herausforderung und ich zeige euch mal kurz wie ihr das Ganze am besten macht, wo ihr am besten hinfliegt und ja, falls ihr neu seid, euch das Ganze hilft und gefällt hier super gerne mein Creator-Code iPlayTobi im Itemshop eintragen, würde mich sehr sehr freuen Kuss geht wie immer raus Ich bin jetzt hier bei Corny Complex und geht am besten in dieses Haus hier So, ich lande mal kurz hier vor, so und dann markiere ich es mal im Vorjag Corny Complex natürlich hier auf der Map und dann am besten hier in dieses Haus mit dem dunklen Dach einfach hier von rechts kommen, hier vorne ist nämlich dann auch der Eingang da laufe ich mal kurz rein, passt ein bisschen auf, auf die IOW-Wachen dann geht ihr hier nach links, einmal direkt in die Tür, hier nochmal nach links und hier seht ihr so ein Dixi-Klo, also ein Baustellen-Klo einfach ich denke mal, viele von euch kennen es aus den letzten Seasons und hier geht ihr einfach rein und dann werdet ihr einfach hier so durchgeschleudert und ja, kommt einfach an einer anderen Stelle hier wieder raus So, das Ganze müsst ihr einfach nutzen und dann ist die Aufgabe auch schon abgeschlossen geht eigentlich ruckzuck das Wichtige ist natürlich, macht es zum Beispiel hier, wo ich jetzt bin es gibt auch Baustellen-Klos, da funktioniert das Ganze nicht, deswegen macht es ruhig hier so könnt ihr sicher gehen, dass es funktioniert ansonsten könnt ihr es natürlich auch bei jedem anderen Baustellen-Klo machen was ihr irgendwie findet auf der Map, probiert es einfach aus teilweise könnt ihr euch einfach nur verstecken, teilweise funktioniert es aber hier geht es auf jeden Fall und ja, das ist auch eigentlich zum Video wenn es euch gefallen und vorhin geholfen hat, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen was für eine neue Wart und dann würde ich sagen Freunde, bis zum nächsten Video, haut rein und tschau